JFT, just fair and direct. Was uns da denn die Märkte kredenzen? Ja, an der Stelle heute wieder mit dem lieben Bernd am Start. Und meine Wenigkeit, wir werden euch die nächste Stunde versüßen, um hier mal zu schauen, was die Märkte denn eben so bieten. Wir haben, und das muss man natürlich vorausschicken, heute wieder am Nachmittag Daten, die seit Längerem wichtiger denn je sind. Natürlich hier die Inflationszahlen aus den USA. Das wird natürlich Thema 1430 sein. Insofern da einige Impulse zu erwarten. Wir schauen dennoch ein Stück weit auf das große Bild und auf den Tagesscharts einiger Indizes lässt sich auch das ein oder andere Mut maßen. Wollen doch mal sehen, wo die Märkte da heute Abend schließen. So, ansonsten, Andreas ist in Twitch sogar live drauf. Insofern Grüße in die Twitch-Runde und natürlich auch in den erlauchten Kreis, der sich jetzt hier weiter sanft füllt. Ich hoffe, wie gesagt, an jedem geht es gut. Und Bernd ist auch schon zugegen. Will doch mal sehen, ob das Mic von ihm schon aktiviert ist. Wir teilen uns da heute, wie gesagt, in das Webinar rein. Und insofern erst mal auch Grüße an den lieben Bernd. Ja, guten Morgen, Chris, und liebe Grüße in die Runde. Ausgezeichneter Ton. Wunderbar, Bernd. Du hast schon wieder den Bleistift gespitzt und hast mit Lineal und Schablone hier entsprechend fleißig schon Scharts gezeichnet beziehungsweise auch das ein oder andere Tool zur Klassifizierung verwendet. Debt, so wie mir schon zuteil wurde. Das ist korrekt. Ja, wir schauen uns heute den Seasonal Bull Selection Screener an. Und da gibt es zwei, drei interessante Aktien, die ich vorstellen möchte. Und ja, zu den laufenden Trades vielleicht auch noch ein bisschen was. Währungsbarer aktuell nicht im Fokus. Eher Aktien. Auch gut, dass du sagst. Heute, wie gesagt, würde ich auch gar nicht den Fokus auf Währungen richten wollen. Ich will so einen kleinen Rundumschlag mal auf die Indizes machen und dann eben auch ein Stück weit dann auf Aktien von dir sozusagen auch eingehen beziehungsweise die eine oder andere Aktie habe ich vielleicht auch noch in petto. Aber prima ist das gar nicht der Fokus, also der Fokus vielmehr Forex nicht. Denn da haben wir morgen das Devisenradar. Da geht es dann eine ganze Stunde rund um Währungspaare. Aber insofern wollen wir die heute ein bisschen unberücksichtigt lassen. Zudem heute Morgen gab es ja Gold und Euro-S-Dollar im Devisenradar. Da sollte eigentlich jeder abgeholt sein. Also lange genug jetzt der Vorrede. Ihr wisst es, wenn wir jetzt auch Trades zeigen beziehungsweise Bernd auch laufende Positionen darstellt, ich auch auf den Nasdaq zum Beispiel eingehe und Ideen kreiere, dann ist das klarerweise niemals eine Handelsempfehlung. Leute, ihr handelt es auf eigenes Risiko. Müsst sehen, dass ihr euer Risikomanagement im Griff habt. Und natürlich auch hier nach eigenem Couleur vorgeht. Ideen und Impulse, sich ranzuziehen, ist nie verkehrt. Insbesondere auch, wie Bernd schon sagte, beispielsweise durch den Selection Screener oder beim Forex Bull eben auch durch den Forex Bull und den entsprechenden Tools. Nur schlussendlich muss jeder dann selbst die Entscheidung übernehmen. Also keine Handelsempfehlung. Dann will ich mal starten, Bernd. Und du, wie gesagt, hast keine Währung. Heute eigentlich nur primär Aktien dann auf dem Fokus. Also sozusagen keine Rohstoffe deines Zeichens auch im Visier. Da bist du praktisch heute rein auf die klassischen Aktien fokussiert. Richtig. Heute gibt es nur, nur in Anführungsstrichen, nur klassische, klassische nicht, aber ausgewählte Aktien von mir. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Also da wollen wir doch mal sehen, was dann von Bernd kommt. Wie gesagt, die Indizes, und da müsste eigentlich jeder von euch eigentlich auf gleicher Flur unterwegs sein, haben hier ein krasses Reversal eingefahren. Der DAX hier auch mit einer gewissen Outperformance, wobei ich hier immer auch zu bedenken gebe, Leute. Ja, wir haben es hier mit dem Performance DAX zu tun, okay? Ich meine, der ist hier gnadenlos gepimpt mit Dividenden. Der Vergleich zwischen den US-Indizes hinkt hier sichtlich, weil es da praktisch um die Kursindizes geht, wo eben die Dividenden nicht mit eingerechnet sind. Ich werde auch hier, und den Chart habe ich jetzt hier in meiner Watchlist noch gar nicht drin, aber den Kursindex-Chart in Zukunft auch häufiger mal analysieren, der praktisch die bessere Relevanz darstellt zum Pendant oder zu den Pendants in den USA. Da schwerpunktmäßig schaue ich ja immer gerne auf den S&P 500, der, und jetzt mal eine kleine Frage in die Runde, auch an die Twitch-Zuschauer, sich hier in einem interessanten Gebaren darstellt. Ähnlich der Nasdaq. Wer kann mir denn sagen, nach was das hier aussieht? Also speziell beim Nasdaq, aber der S&P 500 eigentlich im gleicher Flur. Sprich, die letzten Tage. Die letzten Tage der Formationsentwicklung. Hier schicke ich das mal voraus. Wer hat denn da eine Idee? Einfach mal kurz mehr angesagt, beziehungsweise viel mehr reingeschrieben in den Chat, nach was das aussieht. Tatsache ist aber, bevor wir das jetzt ein Stück weit weiter ausarbeiten, wir haben neben dem DAX, der hier ein Stück weit Outperformance geliefert hat, auch bei den US-Indizes die Abwärtstrends seit den Allzeithochs gebrochen. Sowohl der S&P 500, der für mich eigentlich als das Index-Vehikel schlechthin gilt, weil der praktisch mal die Vorgabe macht. Beim Nasdaq 100 gab es sogar den Ausbruch schon früher, aber auch hier deutlich tiefer abgesackt. Nur sehen wir jetzt hier ganz spannend, dass hier eben die ganzen Abwärtstrendbewegungen dynamisch überwunden wurden. Und an jeder, der jetzt hier Aktien eingesammelt hat zum Ausklang 22, zu Beginn 2023, dürfte sich hier über eine sehr, sehr ansehnliche Performance freuen. Ob das natürlich so bleibt, das wird einerseits heute auch ein Stück weit, ja, ich sag's mal, durch Impulse manifestiert. Andererseits natürlich auch die weitere Entwicklung der Notenbanken maßgeblich beeinflussen. Tatsache ist, und das habe ich gerade richtig gelesen hier vom Michael Köser in der Runde, der Rest ist vielleicht hier noch ein bisschen unbescholten. Vielleicht der Andreas auch eine Idee aus dem Norden, beziehungsweise von den Twitch zu schauen, was das wohl hier sein könnte. Ich zeichne mal vorsichtig vor. Er ist jetzt nicht idealtypisch, Leute, aber das ist relativ offensichtlich. Also ich muss sagen, das habe ich jetzt dann am Wochenende, sag ich mal, mit einem Blick gesehen, dass das schon in diese Richtung geht. Lasst uns denn hier einfach mal so eine Art Trendkanal skizzieren. Das geht oben los, und das ziehe ich mal nach unten. Und was wird das wohl sein? Was wird das wohl sein? Rein statistisch und auch schartechnisch natürlich dann entsprechend abgeleitet, haben wir es hier mit einer Bullflex zu tun. Die hat statistisch tatsächlich einen Ausbruchscharakter nach Norden. Also rein Münzwurftechnisch ziehen die Preise in einer starken Frequenz nach oben. Ist natürlich nicht immer der Fall, aber wir können heute davon ausgehen, dass die Inflationsdaten am Nachmittag, das ist natürlich dann vorbörslich, sprich 15.30 zum US-Opening dann. Ich würde mal sagen, ein Gap mehr oder weniger hier in den Chart reingemeißelt wird. Und die Frage wird sein, ist das Gap hier inmitten dieser Bullflag, oder bricht der Markt sogar schon aus? Sehen wir Eröffnungsgaps, dann kann das immer praktisch dann auch zu einer Folge von Kaufeuphorie führen, würde dann hier beim Nasdaq im Prinzip auch eine starke Fortsetzung der bislang eingeschlagenen bullischen Tendenz befürworten. Muss man ganz klar sagen. Ich denke, da haben wir heute einen schönen Tag, um auch auf Sicht des weiteren Wochenverlaufs, unter Umständen auch bis zum Monatsausklang Februars, ein Stück weit eine weitere Tendenz abzuleiten. Also heute wird tatsächlich einem Puls folgen. Der Schlusspreis zählt natürlich neben dieser Hektik um 14.30 Uhr. Ist aber davon auszugehen, dass wir dann zumindest mal eine Indikation für die nächsten Tage auch haben. Und klarerweise wäre ein neues Tief, also unter dem Tief hier vom 10.02. oder eben dann speziell der Ausbruch auf ein neues Wochenhoch, hier sicherlich dann eine Impulsgebung für Folgesignale oder auch Folgetendenzen. Natürlich haben die Aktien selbst, dann wird der Bernd auch ein Stück weit ins Universum schauen. Ich weiß gar nicht, Bernd, hast du auch Short-Kandidaten dabei oder ausschließlich Long? Wie ist denn das? Ich habe einen Short-Kandidaten dabei und einen Long. Und wenn es die Zeit noch zulässt, noch einen Long. Aber schauen wir einfach mal. Also erstmal einen Short, einen Long. Aber laufende Positionen aktuell nur Long, oder? Die laufenden sind alle Long, ja. Genau, also wie gesagt, den Trend schon mitgenommen. Insofern ist es jetzt interessant auch, dass Bernd sowohl zweierlei Maß hat. Also sprich, könnte natürlich einerseits auch spannend werden im Rahmen einer Short-Idee. Letztlich, Leute, müssen wir immer die Märkte entscheiden lassen. Wir können nur spekulieren. Das ist ja Sinn und Zweck der Maßnahme beim Börsenhandel. Wir spekulieren auf eine zukünftige Entwicklung. Was wir natürlich hier bei der Cluster-Analyse tun, ist sozusagen den Chart in Verbindung mit saisonalen Effekten, in Verbindung mit Cluster in Form von Fibonacci reinzubringen und so weiter und so fort. Das ist natürlich das, was das Webinar auch auszeichnet. Deswegen lasst mich jetzt mal beim Nasdaq ein hundert Stück weit das kurzfristigere Bild nochmal aktualisieren, beziehungsweise hier in den Fokus nehmen. Eine bullische Flacke hat tendenziell den Ausgangspunkt, dass nach einer steilen Vorbewegung, und das ist maßgeblich, dann ein entsprechender Konsolidierungsmodus in Form eben dieser Flacke erfolgt. Und bei Ausbruch wird das Ganze dann potenziert nach oben im Rahmen einer nochmaligen, gleichsamen Bewegung. Das würde jetzt mal bedeuten, wenn wir hier ausbrechen, dass der... Das richtige Fenster nimmt jetzt die verkehrte Taste gedrückt. Ich habe das gar nicht kopiert, wie das immer so ist. Das würde also bedeuten... So, jetzt habe ich es richtiger. Dass wir hier rund 20 Prozent nochmal auflegen können, Leute, wenn der Nasdaq jetzt hier im Rahmen seiner bullischen Vorbewegung aus der Flacke ausbricht. So, wir können den Ausbruchspunkt nehmen als Auflagepunkt. Wir können aber auch sozusagen hier das letzte Hoch knapp unter 12.900 nehmen. Faktisch dürften wir in Richtung 15.000 ansteigen können. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob das innerhalb von vier Wochen passiert oder innerhalb des Frühjahrsverlaufs. Grundsätzlich erlaubt die bullische Flacke aber eben hier genau eine solche Impulsbewegung. Das ist auch im Prinzip erforderlich, dass wenn die Märkte einen Impuls bekommen und insofern hier eine charttechnische Ausgangslage vor meiner Bullflex, dann sollte, Schrägstrich, muss es relativ dynamisch weitergehen. Das ist Sinn und Zweck der Bullflex. Du hast einen Aufwärts- oder es gibt ja auch die Bärflex im Prinzip. Hast du einen Vorgängerimpuls, relativ dynamisch, so wie wir es hier sehen, dann gibt es eine kurzfristige Konsolidierung, die dann ebenfalls dynamisch aufgelöst wird. Soll heißen, wenn jetzt der NASDAQ 100 und wir haben hier Widerstandskluster voraus, bei 12.900, wie gerade schon gesagt, kam drunter und die 13.100. Das ist sozusagen hier eine Widerstandszone, die sich sozusagen aus den Tiefs und auch Price-Action-Punkten des letzten Jahres ableitet, inklusive hier dieser kleinen Dips sogar vom Mai 2021. Wir wollen gar nicht zu weit zurückgehen. Tatsache ist es aber, dass wir hier in dieser Ausgangslage gegenwärtig dann tatsächlich dynamisch ausbrechen müssen. Und das geht natürlich wahrscheinlich damit einher, dass die Inflation unter Umständen weiterfällt, die US-Notenbank an der Stelle die Zinsen doch nicht so stark erhöht und so weiter und so fort. Das ist zumindest mal die Analogie der Annahme, dass wir hier nach oben ausbrechen. Das, wie gesagt, werden wir heute Nachmittag ein Stück weit aufgelöst wissen. Und ich will euch gleich hier nochmal jetzt die Fibonaccis noch mit einzeichnen, denn es ist natürlich auch ein Fakt, je früher die Preise wieder aufdrehen, desto bullischer ist das natürlich, gerade bei Fibonacci. Insofern wichtig, dass wir hier auch die Retracements reinsetzen. Und da haben wir hier sozusagen das Minimum, es gibt noch das 14,6er, aber wir wollen es jetzt nicht übertreiben, das 23,6er ist sozusagen eine wirklich, sage ich mal, sehr zaghafte Konsolidierung. Und je weniger ein Markt zurücksetzt im Rahmen einer Konsolidierung, desto bullischer ist deren Folgetendenz dann einzuschätzen. Soll heißen, wenn ein Markt bis zum 61,8er-Level zurückfällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das frühere hoch rausnehmen, jetzt hier bezogen auf den Nasdaq speziell, eher hinlänglich. Das wird eine Weile dauern. Es wird sich hinziehen, bis wir neue Hochs machen. Sollte der Markt wirklich mal bis zum 61er-Retracements zurückfallen. Das heißt, da wird es dann keine V-Umkehr oder ähnlich dynamische Bewegung geben, wie wir jetzt mal dem Index unterstellen. Hier speziell als Trigger finde ich übrigens spannend, das heutige Tageshoch oder das gestrige Tageshoch dient mir eher weniger dazu. Speziell hier die zwei Kerzen vom 08. und 09.2. Spannend. Also hier das Niveau von 12.688, 12.700 ist für mich ein Trigger-Level auf der Oberseite, das dann interessant wird, wenn eben wir heute mit einem Upgap beispielsweise reinkommen und der Index die Performance weiter ausbaut. Das wäre der bullische Verlauf. Geht der Markt nach unten, sprich, nehmen wir auch das Tief hier vom 010.2. raus, machen innerhalb dieser Bull-Flag weitere Tiefs, dann löst es sich natürlich auf und dann gehen wir direkt mal auf diese Alternative, die wir einzeichnen müssen. Und dann löst sich übrigens auch so eine, ich will sagen, bullische Schadformation auf. Also so eine Flacke, eine Bull-Flag-Konstellation ist nicht hier dafür geeicht, dass das Ganze jetzt auf Tagesschadbasis über mehrere Wochen dahin geht. Ja, das muss jetzt hier tatsächlich dieser Tage seinen Abschluss finden. Das heißt, der Markt, der jetzt hier nach diesem bullischen Aufwärtsimpuls konsolidiert, sollte recht zeitnah wieder in die Fortsetzung nach oben gehen, wenn das nicht passiert. Nun ja, dann haben wir hier im Prinzip ein zähes Tauziehen, vielleicht ein Touch auf das 61.8 Level und dann dürfte der Index zunächst, mit Blick auf die nächsten Monate, oder das ist zu weit gesprochen, mit Blick auf die nächsten Wochen, eher seitwärts abwärts tendieren. Also aufgepasst, das wird heute meines Erachtens eine Stellschraube sein. Der Ausbruch über 13.100 wäre dann das absolut prozyklische, bullische Fortsetzungssignal. So lässt sich der Nasdaq 100 mal einfangen. Ich will an der Stelle aber auch nicht verheimlichen, dass, und dann gehen wir jetzt auf den saisonalen Clustereffekt, dass der Nasdaq mit Blick auf die, ich sag's mal, kurzfristigen Geschehnisse der letzten fünf Jahre bis in den März hinein, ihr seht es, schwach ist. Von den letzten fünf Jahren sind drei abwärts gerechnet, gehe ich auf die letzten zehn Jahre, sieht das nicht wirklich besser aus. Gerade insbesondere große Schwäche, wir müssen aber das Corona ja mal rausnehmen. Das sieht zwar nicht ganz so düster aus, weil wir wissen natürlich, was da 2020 passiert ist. Wir sehen es auch hier mit diesem Durchschlag nach unten. Das verwischt natürlich die Statistik ein wenig. Aber selbst wenn wir das rausnehmen, sehen wir hier eine tendenzielle Schwäche. Zumindest erst mal beginnend mit dem Hochpunkt von Februar, Mitte Februar etwa. Und dann geht der Markt erst mal nach unten. Ob er dann hier bis Mai fällt, bis Juni, um dann im Sommer wieder einen Drop zu starten, das bleibt mal abzuwarten. Aber auch mit Blick auf die letzten 25 Jahre, und da haben wir jetzt Corona eben hier mal drin und mal draußen, zeigt sich dennoch eine Abwärtstendenz. Und das torpediert natürlich so ein Stück weit dieses bullische Szenario. Und Leute, ihr müsst euch natürlich hier, je nachdem, in welchem Zeitfenster ihr unterwegs seid, auch damit arrangieren, dass die Bullfleck beispielsweise jetzt hier aufgelöst wird, dann aber keine dynamische Fortsetzung findet, sondern sich hier an diesem Widerstandslevel zwischen 12.900, 13.100 festbeheißt und es hier sozusagen ein Fake wird. Das heißt also, selbst wenn wir heute nach oben auflösen, ist es wichtig, dass der Markt auch ähnlich dynamisch tatsächlich wie hier zum Jahresbeginn anfängt anzusteigen. Wenn das ausbleibt, dann wird die Luft, sage ich mal, buchstäblich oben immer dünner. Und dann kann das Ganze hier dann spätestens eben kurze Zeit später nach dem Ausbruchslevel hier wieder nach unten kippen. Und wenn wir dann an eine saisonal schwache Tendenz bekommen, dann könnten wir auch im weiteren Jahresverlauf, sag ich mal nur Jahresverlauf, im weiteren Wochenverlauf viel mehr abwärts tendieren. Und da will ich euch auch direkt mal den ganz großen Chart mitbringen vom Nasdaq 100, der hier sozusagen mal mit Blick auf die letzten Jahrzehnte einhergeht. Speziell hier 99, 2000er.com-Blase, absolut eskalative Phase. Und wir sehen hier nach der Finanzmarktkrise auch diesen wunderschönen Aufwärtstrend, der sozusagen das bullischste Jahrzehnt ever vielen Aktionären, vielen Neuaktionären und überhaupt dem Markt bescherte. Gerade die Techs, ihr wisst das, die Fangaktien und Co. haben natürlich hier außerordentliche Performances hingelegt. Und nun ja, jetzt hat das Ganze hier seinen Top gefunden bei 16.765 Punkten rund. Seitdem droppen wir nach unten. Übrigens diese Trendlinie hier, das ist auch ganz spannend, hat sich tatsächlich als, ich sag's mal, zumindest Touchpoint erwiesen. Und nun ja, wir sehen, dass der Nasdaq auch hier nach unten sogar rausgefallen ist unter die langfristige Aufwärtstrendlinie. Es ist wieder nur eine schräge Trendlinie. Wir wollen es nicht sozusagen zu überbewertet wissen. Aber das war schon mal ein negatives Signal. Zielmarke bei mir hier der Bereich von 10.000, worst case sogar 8.000, wenn der Markt wirklich in einen großen Bärenmarkt übergeht. Und das, Leute, wird sich, jetzt kann ich über Monate sprechen, im weiteren Jahresverlauf tatsächlich sondieren müssen. Denn möglicherweise haben wir erst mal den Teil der großen Korrektur gesehen. Ihr kennt den S&P 500 Index, den Sieben-Jahres-Zyklus. Da sind wir schon mal minus 27 Prozent gefallen. Im Schnitt fallen die Märkte aber durchaus auch über 35 Prozent bis zu 50 Prozent. So wie wir das praktisch, gut, Nasdaq hat ja hier auch zur Dotcom-Blasen einen kräftigen Schlag gekriegt zur Finanzmarktkrise. Nicht ganz so heftig, aber auch kräftig gefallen. Da haben wir den Sieben-Jahres-Rhythmus. 15 blieb aus. Und jetzt haben wir wieder diesen Sieben-Jahres-Zeitraum, wo entweder das Ganze tatsächlich schon vorbei ist oder wir nochmal eine oben drauf kriegen. Ich würde mal ein Stück weit mutmaßen, dass wir die Allzeithochs zunächst erstmal in weiter Ferne wissen. Selbst wenn wir die bullische Flagge auflösen, jetzt in Richtung 15.000 ansteigen, glaube ich long-term, dass wir hier eher in einen größeren Seitwärtsmarkt übergehen, um, und das ist jetzt der Monatschart hier, diese steile Performance, die wir seit der Finanzmarktkrise gesehen haben, buchstäblich auszukonsolidieren. Ja, es könnte sich natürlich ähnlich hier auch auf Big-Picture-Basis dann eine bullische Flagge etablieren. Die sehen wir natürlich jetzt in dem Fall nicht wirklich. Da hat sich hier sozusagen schon mit dem Rausbohren so ein Stück weit, ja, das Ganze erledigt. Und das ist auch rein von der Musterart und vom Neigungswinkel jetzt nicht wirklich eine bullische Flagge. Aber dass wir jetzt hier eben direkt nochmal so eine Anschluss-Performance sehen für die nächsten zehn Jahre, das würde ich fast ausschließen. Weil die Märkte sind einfach extrem heiß gelaufen. Natürlich liquiditätsbedingt, Notenbanken, Zinsen gen Null, dauerhaft fallend, quantitativ Easing-Maßnahmen, Geld noch und nöcher, die Notenbanken-Bilanzen entsprechend aufgeblasen. Das hat dem Markt natürlich richtig Feuer gegeben. Aber ich bin auch nicht der große Doktor dumm, der sagt, da fällt jetzt hier bis 4.000 zurück. Kann ich mir nicht vorstellen. Tatsache ist aber, der Nasdaq hat sich hier auch mit Schwäche gezeigt und wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. Und das, wie gesagt, würde sich auch heute, das ist das große Bild, jetzt hier im kleinen Bild erstmal weiter darstellen, ob wir jetzt eben dann tatsächlich aufdrehen können oder nicht. Im großen Bild bestenfalls, wie gesagt, haben wir hier tatsächlich Potenzial wieder ein Rückkehr des Aufwärts-Trennkanals. Das wäre dann auch der Fall, wenn wir in Richtung 14.000, 15.000 Punkte ziehen. Das wäre auch eine sehr, sehr starke Kerze. Wäre dann auch ein neues Mehrmonatshoch. Das bleibt eben abzuworten bis zum Monatsabschluss. Ob die Power gelingt, das würde das ganze Schadbild enorm aufhellen. Kommt es allerdings eben zum Gegenimpuls und wir sehen hier dann praktisch so ein Tauziehen wie in den letzten Monaten, dann ist ja alles noch drin. Also auch auf der Südseite, auch ein Touch der 10.000-Punkte-Marke, würde ich jetzt hier, jetzt muss ich das direkt mal, das Liedchen hat es ein bisschen nach oben gedroppt, würde ich das auf jeden Fall befürworten, dass wir hier dann nochmal ein Stück weit nach unten laufen. Also da werden wir uns flexibel anpassen müssen, aber es gilt natürlich hier auch ein Stück weit Stockpicking zu betreiben, um natürlich auch hier, und das wäre zu wissen, es gibt natürlich Aktien, die auch hier eine gewisse Outperformance an den Tag legen. Zum Beispiel, ja, da geht der Bernd dann natürlich auch auf verschiedene Season-Pattern ein, die wir uns noch anschauen. Aber ich würde auch sagen, in den letzten Jahren gab es eben auch Aktien oder vielmehr in der Korrekturphase, wie zum Beispiel die Rio Tinto, die ich hier auch schon mal betrachtete, die hier durchaus stabil daherkam. Und das im Übrigen auch für kleine Dividendenjäger, jetzt mal so ein kleiner Hinweis, das Teil hat hier eine Dividendenrendite von größer 8 Prozent. Und das, obwohl wir hier auf Allzeithöchstkursen notieren. Rohstoffe vielleicht mal nicht die schlechteste Idee während der nächsten Jahre. Auch vor dem Hintergrund, dass vielleicht Techs jetzt nicht mehr so outperformen, haben wir wieder das Growth-Value-Ding. Am Ende ist es aber tatsächlich spannend, ob hier zum Beispiel die Rio Tinto sie jetzt am EMA 50 erhält oder ob sie wieder diese Abwärtstrendlinie nach unten, ja, wieder durchbohrt. Wichtig wäre, dass sie darüber verwahlt, die Rio Tinto-Aktie. Hier Widerstand schön abgewiesen bei 62, 63 Pfund. Wichtig ist hier, dass der Markt aber tatsächlich seine Umkehr bald findet. Würde jetzt auch für einen Bullischen, hat zwar jetzt nichts direkt mit der Tech-Aktie zu tun, aber wird auch mit einem Bullischen Konstellationsfortsetzungsmuster beim S&P 500 einhergehen, beziehungsweise beim Nasdaq. Denn hier, schaut euch das mal an, ist das auch eine Art sehr steile Konsolidierung, die auch jetzt ihr Ende finden sollte idealerweise. Und wie gesagt, es gibt eben Aktien, die einerseits generell outperformen, andererseits aber natürlich auch Aktien, die unter bestimmten Perioden, und da werden gleich ein Stück weit Einblicke liefern, hier gerade auch im Kontext des Seasonal Bulls, der dann eben hier sozusagen aufzeigt, welche Patternsignale hier interessant wirken. Und zwar, man kann auch sozusagen von Swing Trading klassischer Natur sprechen. Die Aktien sind hier von 4 bis 24 Tagen sondiert, Schrägstrich auch Indizes, Rohstoffe, Forex. Aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf den Aktien, die man hier mehr oder weniger sondiert, um dann am Ende des Tages sein Account, sein Depot immer wieder auch flexibel anzupassen und hier eine Outperformance mit eben den, ich sage es mal, temporär, saisonal, zyklisch bedingten stärksten Aktien zu finden. Und wir haben einige Aktien im Portfolio, die hier gescannt werden. Und der ein oder andere von euch wird sie vielleicht gar nicht kennen, weil es geht auch um Nebenwerte. Hier geht es nicht immer um die Adidas, um die Siemens oder Facebook oder Google. Sondern es sind hier auch die kleinen Nebenwerte, die tatsächlich hier immer wieder auch für Interesse sorgen. Und wer da mal Einblicke kriegen will, der klickt einfach mal hier auf den Newsletter. Ich share ihn auch mal direkt im Chat. Und der kann hier auch mal über den Tellerrand Einblicke in unsere Vorgehensweise kriegen. Bekommen auch hier der Forex Bull dabei mit dem Intraday Trading. Sicherlich ein schönes Paket, was man sich mal anschauen sollte, wenn man hier am Ende des Tages an den Märkten agiert. Und da noch ein kleiner Ergänzungshieb. Die Börsenbullen sind sozusagen das Pendant beider Bullen, des Forex Bulls und des Seasonal Bulls. Und hier mit dem kostenfreien Briefing bekommst du einfach ein paar Insights, wie praktisch auch Bernd vorgeht, beziehungsweise welche Aktien beim Seasonal Bull speziell oder eben beim Forex Bull, welche Intraday Pattern hier von Interesse sind. Also da einfach mal nutzen, reingeschaut und ansonsten wichtig für euch zu wissen, dass wenn man die Märkte nutzt, natürlich auch hier das mit dem richtigen Broker tun sollte. Und hier aus Seitenort Börsenbullen sind hier konnektiv verbunden mit JFD als Datenquelle. Ja, du kannst also alle Aktien, die da drinnen auftauchen beim Seasonal Bull als solches speziell oder auch beim Devisen Forex Bull hier mit sozusagen dem JFD-Konto nutzen, beziehungsweise hier hast du die Synchronisation der Werte. Und da reden wir über knapp 700 Werte, die wir hier im Fokus haben. Und in der Tat ist das sozusagen ein ausreichendes Universum. Wir haben nicht diese kanadischen Minenaktien oder irgendwelche Cannabis-Explorer-Werte oder solche kleinen Penny-Stocks. Nein, wir haben hier die Blutschips und da finden sich tatsächlich immer wieder interessante Werte. Also schaut es da gerne mal rein, schaut es euch bei den Börsenbullen um. Hat sicherlich einen großen Mehrwert. Und ansonsten bleibt es mir mal jetzt gespannt zu verweilen und gleich auf Bernd zu verweisen, was dann eben heute Nachmittag die CPI-Daten bringt. Da, wie gesagt, Leute, achtet es auf 14,30. Da haben wir die Verbraucherpreise in verschiedenen Konstellationen und eben auch Rates. Wichtig ist oder wird sein, geht die Inflationsrate zurück. Es wird erwartet. Ja, das ist hier die Prognose, dass wir hier sozusagen um 0,3 zurückgehen. Ja, werden die Erwartungen erfüllt? Ja, nein, vielleicht. Wir wissen es am Ende des Tages. Und wir werden auch sehen, wie der Nasdaq hier diese Konstellation auflösen wird. All right. Lieber Bernd, bei mir ruft schon wieder der nächste, sage ich mal, die nächste Deadline. Ich will mal fragen, ob du sozusagen bereit bist, den Bildschirm zu übernehmen und an der Stelle auch ein Stück weit dann eben auch interessante Werte zu zeigen, die denn da so bei dir im Radar sind. Ja, klar. Du kannst mir gerne den Bildschirm rüberschieben. Bleibst du noch dabei, oder? Nebenbei. Also, nee. Nee, leider nicht. Ich werde dir sozusagen die Org-Rechte geben, mein lieber Bernd. Ich bin jetzt noch ein paar Minuten dabei, würde dir aber das Zepter der Macht übergeben. Und ja, eine gute halbe Stunde, je nachdem, wie viel Werte du jetzt sozusagen durchbekommst, beziehungsweise welche Möglichkeiten sich da auftun. Wie gesagt, dieses Webinar ist grob für eine Stunde angesetzt. Wenn die Teilnehmer keine Fragen haben oder eigene Wunschwerte, die wir analysieren können, dann sind wir hier auch durchaus mal nach 45 Minuten durch. Das wird sich zeigen, je nachdem, welche Fragen reinkommen, beziehungsweise was ihr auf der Fahne habt. Und eure Meinung an der Stelle vielleicht auch jetzt direkt gefragt, wenn ich den Bildschirm dann gleich mal zum Bernd schiebe. Seid ihr denn eher bullisch gestimmt für den Nasdaq mit Blick auf den Februar-März-Verlauf oder eher bärisch? Das würde mich mal interessieren, was favorisiert ihr denn? Unabhängig der CBI-Daten von heute, sondern vielmehr eben, ja, rechnet sie mit einem weiteren Ausbruch nach oben, weitere Dynamik oder eher so der Drop nach unten und seitwärts? Gebt es mir gerne mal ein Feedback in den Chat. Und dir, lieber Bernd, würde ich den Bildschirm tatsächlich jetzt rüberschieben. Wer hat er mit? Jawohl, so soll es sein, Bernd. Dann nenne ich dich mal zum ersten Mal Moderator und dann schiebe ich den Org gleich nach, okay? Okay. So, während Bernd jetzt den Bildschirm mal sozusagen zuordnet, dann sehe ich gerade, ja, vielerlei Kandidaten sind bullisch, tatsächlich. Bernd, ich sehe deinen Bildschirm, um die Frage vielleicht gleich vorwegzunehmen. Dein Bildschirm ist da, du bist eh gut zu hören. Wir sehen die Position, wir sehen Aktien, die der eine oder andere vielleicht noch nie gehört hat. Aber das ist ja gerade das Spannende. Ja, also gut, da unten haben wir jetzt zum Beispiel auch eine Nemecek, sollte eigentlich jeder kennen. Nivida ist auch dabei, beziehungsweise eine Puma. Also es sind viele bekannte Aktien, aber auch, sage ich mal, unbekanntere. Und ja, da könntest du einfach mal ein bisschen rumspielen mit dem Tool. So, Bernd, jetzt gebe ich dir erstmal die Ohrgerechte und dann bist du eigentlich durch und siehst auch sozusagen die erlauchten Teilnehmerfragen. Und dann kann es weitergehen. Ich sehe, die Fragen sehe ich leider noch nicht, aber einen Blick, Teilnehmer. Ah, das ist immer das mit dem Monitor. Dürfte jetzt passen, ne? Jetzt sehe ich auch die Fragen. Sehr, sehr gut, Bernd. Also pass auf, dann will ich mir gar nicht mehr, also ich bin ja noch ein Stück weit mit einem Ohr dabei, würde mich aber dann gleich in einem Meeting verabschieden. Insofern wünsche ich allen Teilnehmern noch viel Spaß auf die letzte halbe Stunde. Bleibt es uns treu. Testet, wie gesagt, mal den einen oder anderen, ja, die eine oder andere Möglichkeit vielmehr aus, im Rahmen des Edges, des Vorteils am Markt mit eben gewissen Features zu arbeiten, wie hier dem Selection Screener. Und dann wünsche ich euch und uns noch viel Spaß und warten mal ab, wo uns die Märkte hintreiben in den nächsten Tagen und Wochen. Alles klar, Chris. Vielen Dank. Und ich übernehme. So, ich habe heute anhand des Seasonable Selection Screeners, der filtert anhand der Saisonalitäten, anhand der vergangenen Jahre bestimmte Pattern, die immer wieder auftreten anhand der Saisonalität. Und daraus werden, ja, Pattern und Setups abgeleitet. Und das haben wir jetzt alles hier mit den verschiedenen, die Chris eben auch schon erwähnt hat, die 700 Aktien, die wir rund oder noch mehr als 700 Aktien im Universum haben, haben wir das gefiltert im Screener. Und zwar diese 200 und die 50 bedeuten, das sind die E-Must, die gleitenden Durchschnitte. Und eine 99 heißt zum Beispiel, seit 99 Tagen notiert die Evotec-Aktie unter dem EMA 200, aber seit 50 Tagen über dem EMA 50. Da schauen wir uns dann gleich im Chart an hier. Ich meine, den Chart, na, den habe ich jetzt hier. Na, das ist noch nicht der Evotec-Chart. Das ist der Evotec-Chart. Machen wir mal ein bisschen größer. Und anhand dieser Pattern und der Vergangenheitswerte habe ich hier ein Startdatum mit dem heutigen Tag, 14.02. Und das endet am 27.02., also neun Handelstage. Und in den letzten 21 Jahren gab es mit einer Trefferquote von 76 Prozent genau diesen Erwartungswert und diesen Stop-Loss, den möglichen. Und daraus errechnet sich ein CAV von 2,58. Für mich, bei den Aktien ist alles erst interessant über 2,5 eher Richtung 3. Und wenn man sich jetzt diesen Wert hier anklickt, dann sieht man sofort im Chart, das ist jetzt wie gesagt aus Meta-Trader heraus, das Chance-Risiko-Profil, genau mit den Pattern hier, also genau mit dem Setup. Und man sieht jetzt hier unten auf der rechten Seite, ganz unten hier mit dem blauen, es folgen noch vier weitere Pattern. Die sind aber jetzt nicht alle in dieser Liste aufgeführt, sondern wenn ich jetzt hier auf den blauen Button klicke, dann sehe ich, dass wahrscheinlich morgen noch eins folgt, einen Tag später und zwei Tage später, drei Tage später. Also die nächsten Tage liegen nur Short-Setups vor und das CAV ändert sich hier automatisch, immer wenn ich jetzt hier zurückgehe. Jede Stunde wird dieses CAV automatisch im Chart aktualisiert. So, jetzt habe ich hier die Evotec-Aktie und hat ein CAV von 2,58, das klingt erstmal ganz interessant, ist allerdings ein Short-Setup gegen, naja, ich sag mal gegen die generelle Richtung der Aktienmärkte. Aber um das dann jetzt auch noch ein bisschen besser einzufangen im Chart, weil im Metatrader zeichnen ist immer so ein bisschen schwierig, dieses Tool dient als Chancenfinder und da kann man wirklich schöne Setups rausfiltern und die schaut man sich dann ganz in Ruhe im Detail an. Das ist ja, wie gesagt, kein Day-Trading, sondern das ist wirklich ein Swing-Trading über mehrere Tage. Die schaut man sich dann ganz in Ruhe in Guidance an und das machen wir jetzt mal kurz. Ich schalte mal kurz den Bildschirm um. Jetzt habe ich hier die Evotec-Aktie im großen Bild und jetzt haben wir ganz klar einen Abwärtstrend vorliegen. Das kann man mal ganz klar so definieren. Diese schrägen Trendlinien, die kann man überall ansetzen. Generell ist der Trend eindeutig noch weiter abwärts. Was habe ich noch im Chart? Wir sind ja in der Cluster-Analyse. Ich habe hier definitiv in diesem Bereich hier, das ist dieses Niveau, ganz klar einen Widerstand. Kann ich auch schon mal eins sagen. Sehr schön. Abwärtstrend, Widerstand. Short-Setup vom Seasonal Bull, rein statistisch. Und jetzt muss ich mal den Seasonal Bull auf einen anderen Monitor schieben, weil ich zeichne mich jetzt genau dieses Setup, zeichne ich mich jetzt ganz entspannt, weil das Setup startet erst rein theoretisch erst mit dem Schlusskurs am heutigen Abend. Man kann natürlich auch bessere Einstiege finden. Intraday muss man dann schauen. Aber genau dieses Setup zeichne ich jetzt ein. Und dieses Setup, ne, wieso macht er das jetzt hier nicht? Achso, jetzt, ah, ein bisschen verzögert. So, ich muss den Chart mal, ne. So, jetzt haben wir das Datum. So, dieses Setup startet heute, am 14.02. Das ist der 14.02. Und dieses Setup läuft über neun Handelstage exakt bis zum 27.02. Das sieht jetzt relativ kurzfristig aus. Und dieses Setup hat ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2,58. Und die Erwartung und der Stop-Loss, den zeichne ich jetzt mal ein. Das waren 7% auf der Unterseite als Risiko vom aktuellen Kurs hier, 18,48. Wenn wir dann genau 7% nach unten gehen, das wäre 7, ja, das ist dieses Niveau. Das läge so ungefähr auf diesem, man kann ihn dann einen Tick tiefer legen. Das wäre das Risiko bei diesem, ah, jetzt bin ich hier genau falsch rum, weil ich war schon gedanklich auf der anderen Seite. Das ist das Risiko mit 0,7,02, weil wir nur Long-Setups hatten in der letzten Zeit, bin ich jetzt ein bisschen auf der Long-Seite gewesen. Aber das ist das Risiko hier mit ca. 7%. Das läge genau, das Stop-Loss läge genau hier über diesem Widerstands-Level. Und jetzt muss ich das mal in den Hintergrund schieben. Zack, da. Und die Chance nach unten, die beträgt laut Statistik 18%. Das ist ungefähr 18,09. Das ist ungefähr dieses Niveau hier unten. Und auch das würde perfekt passen. Denn hier unten bei dieser Aktie findet sich definitiv ein Unterstützungsniveau. Und das ist ein Level, was diese Aktie durchaus erreichen kann. Und jetzt blende ich nochmal kurz den Screener ein. Das ist genau dieses Profil. Hier sieht man das auch in diesem Chart. Und ja, das Chance, also das Risiko hier oben, den Stop-Loss drüberlegen, das passt soweit. Und von daher überlege ich wirklich, diese Aktie heute dann zu shorten. Neun Handelstage ist nicht viel für den Swing-Trade okay. Aber mir gefallen am besten so 12 bis 18 Tage, damit der Preis auch ein bisschen Spielraum hat. Aber die Evotec-Aktie für einen Short mit geringem Risiko ist okay. Und wenn man mal einen Trade verliert, wie ich eingangs bereits erwähnte, die CRVs liegen meistens zwischen 2,5 und 3. Das heißt, ich kann auch mal einen versenken, ohne dass es mir wehtut. Und wenn er dann durchläuft bis unten. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Wenn er an dieses Level ranläuft, dann wäre es schon mal über ein R. Dann zieht man den Stop-Loss vielleicht schon mal auf einen Stand. Und dann ist man relativ risikoarm raus aus dem Trade. Das wäre es jetzt mal zur Evotec-Aktie gewesen. So, jetzt schaue ich mal kurz in den Chat und da kommt die Frage rein. Wie sieht es mit SAP aus? Da haben wir keine Signale, zumindest im Seasonal Bull-Screener. SAP und da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe jetzt hier diverse andere Aktien noch vorbereitet. Und da ziehe ich jetzt noch mal den Screener rein. Na, das ist der falsche Screener. Das ist hier der Screener. Und das ist die Evotec-Aktie. Und dann hatte ich noch die TKH Group mitgebracht. Das ist ein holländisches Unternehmen. Dieses Setup startet allerdings erst am 24.02., also in gut 10 Tagen. Aber nichtsdestotrotz sollte man vielleicht diese Aktie auch auf dem Schirm haben. Und auch hier sieht man ein wunderschönes CRV von 4,93. Das sind genau diese Szenarien, die mir gefallen. Schönes, großes CRV mit engem Risiko. Und dann schaue ich mir den Chart an. Muss ich mal ein bisschen rauskohlen hier. Auch diese Aktie hatte natürlich einen Abwärtstrend. Schauen wir uns auch gleich noch mal im Guidance an. Aber diese Aktie sollte man definitiv mal im Auge behalten. Weil auch da, wie gesagt, das CRV, super. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier auf Bookmark klicke, dann sehe ich nur meine gefilterten Aktien. Auch da in 18 Jahren, in 83% der Fälle hat diese Aktie genau dieses statistische Profil abgeliefert. Das heißt, garantiert nicht, dass es so kommen wird. Aber rein statistisch gibt es dieses Setup. Und deswegen möchte ich dieses Setup vielleicht auch noch mal ganz kurz im Metatrader, ach, im Guidance vorstellen. Und da haben wir hier die TKH-Aktie. Ach, zu viele Aktien hier drin. Da ist die TKH-Group. Auch diese Aktie, immer gleiche Vorgehensweise. Das ist Start, allerdings erst am 24.02. Das ist noch ein bisschen hin nächste Woche. Und das ganze Setup läuft bis zum 20.03. Setup, das ist hier. So, das ist das Setup. Und jetzt muss ich nur noch, ich meine, ich sehe die Chancen-Risikoprofile im Metatrader, um einfach mal einen Blick dafür zu bekommen, wo bestehen Chancen. Das ist mein Selection Screener. Und dann schaue ich mir das Ganze ganz entspannt in Guidance an. Und jetzt habe ich hier ein, bei der TKH habe ich ein Risiko von 3,9%. Das ist nicht viel. Der Stop-Loss-Lage allerdings unter dem letzten Reaktionstief. Es ist ja noch ein wenig Zeit, von daher sollte man diese Aktie weiter beobachten. Und auf der Oberseite, da haben wir jetzt wirklich eine richtig schöne Chance vom aktuellen Kurs. Da haben wir satte 19% zu erwarten. Das ist mal richtig gut. Also fast ein CRV von, ja, fast 5. Komme ich gar nicht mehr hin mit hier mit meinem 19. So, das passt ungefähr. Ja, und auch hier in den Hintergrund, damit man auch die Kurse sieht, die dann irgendwann mal rüberlaufen. Und auch hier Abwärtstrend. Das, was ich jetzt eingezeichnet habe, ist das Chancen-Risikoprofil anhand der Statistik. Und jetzt haben wir natürlich hier oben in diesem Bereich hier einen klaren Widerstand. Rein vom Profil her wird die Aktie da vielleicht gar nicht erst hinkommen. Aber der Aufwärtstrend bei dieser Aktie ist seitlich zum Tief und der Aufwärtstrend ist natürlich jetzt bei dieser Aktie klar intakt. Jetzt kann man die so anlegen an den Tief, an den Schlusskursen oder an den Dochten, Tagestiefs oder wie auch immer. Der Trend ist auf jeden Fall klar erkennbar nach oben. Und jetzt zeichne ich hier nochmal eine Unterstützung ein. Und das ist jetzt auch ein Niveau, wo ich sage, ja, das ist ein Niveau. Dient auch als Unterstützung. Jetzt kann man auch noch die Fibos einzeichnen. Und das machen wir mal in Grau jetzt hier. Und die Aktie hat ja schon einen guten Weg hingelegt bis zu diesen Hochs hier. Das ist alles noch im Rahmen hier. 38,2. Ja, das passt soweit. Von daher, rein statistisch, auch diese Aktie mit einem Long Setup. Wie gesagt, diese Aktie startet erst am 24.02. Das ist noch ein wenig Zeit. Und das muss man sich mal alles in Ruhe anschauen. So, die Aktie habe ich gespeichert. Setup zu TKH Group aus Holland, die ist auch vergleichbar mit unserem DAX 40 im Dutch 25. Oder wäre das aus Holland, Netherlands 25 oder ähnlich so. Nein, das ist eine Aktie, das ist kein Penny Stock oder irgendwie sowas. Und jetzt hatte ich hier noch die Equinex. Aber die startet erst am 28.02. Ich schiebe es mal kurz rein. Das ist die Equinex-Aktie. Und die startet allerdings erst am 28.02. Müssen wir mal schauen. 3,84. Und jetzt nehme ich mal hier die Bookmunks wieder raus. Und so habt ihr hier im Screen auf jeden Fall eine Menge Aktien, die man screenen kann. Man kann auch einen Gerrissheimer noch nehmen. Wobei ich dann immer drauf schaue. Das hat hier dieser Fall Short-Signal, also ein Short-Setup. Aber die EMAs 200 und EMA 50 sind grün. Klicke ich jetzt drauf auf diesen EMA hier. Und dann sehe ich sofort das Chance-Risikoprofil. Und die muss man sich auch vielleicht nochmal in Ruhe anschauen. 21.02. Dann nehme ich auch nochmal 2,28. Muss man mal schauen, wie die Aktie sich in den nächsten Tagen entwickelt. Kann man auch mal ins Visier nehmen. Und ansonsten die nächsten Tage, wie gesagt, Equinex am 28.02. Ja gut, dann sind wir schon am 7.03. Viele Aktien haben auch mehrere Petra, wie man ja auch sieht, immer unten an dem Button. Und von daher möchte ich vielleicht euch ganz kurz nochmal die vergangenen Trades vorzeigen. Ihr seht es jetzt hier an meinem Live-Account. Das ist unser Live-Konto. Gestartet am 1. Januar 2023. Und wir hatten jetzt hier, oder wir haben jetzt, oder ich habe jetzt. Einen Blick mal bitte. So, musst du mal einen Schluck trinken. Ja, diese Kürzel hier unten. MA steht für Mastercard. Kennt jeder aus den USA. CBRE ist auch ein US-amerikanisches Unternehmen. Weltweit größtes Immobiliendienstleistungsunternehmen. Also, ja, nicht ganz so ohne. Und dann habe ich hier GBFG. Jetzt weiß keiner, wofür das steht. Das steht nämlich für Billfinger. Die kannte man früher noch von Billfinger und Berger. Und die Trades sind alle richtig gut angelaufen. Und die Billfinger, ich gehe jetzt hier zum Beispiel auf Open Trades. Das sind die Signale hier oben im Blau mit dem SB. Jetzt gehe ich hier auf Open Trades. Da zeigt er mir nichts an, weil Billfinger hat aktuell kein Signal. Jetzt klicke ich SB aus. Dann habe ich jetzt hier die Billfinger-Aktie. Und dann klicke ich drauf. Und die, da oben liegt der Tech Profit. Der war aber schon laut dem Setup schon vorher definiert. Der liegt hier oben auf der 39. Ich muss gleich mal im Guidance schauen. Und die Aktie hat heute mit einem super Gap-Up gestartet. War auch schon bei 36,44. Also die untere Position war schon richtig, richtig schön im Gewinn. Hätte man überlegen können, ob man den Stop-Loss direkt nicht auf Einstand zieht. Aber diesen Tag heute mit dem Gap-Up, den muss man mal, das ist das Schöne beim Swing-Trading. Man muss nicht sofort agieren. Man kann auch ganz entspannt mal einen Tag zuschauen. Und das brennt immer noch nichts an. Es sei denn, die Aktie kehrt jetzt komplett um. Aber denke ich mal nicht. Also von daher, also die Schwankungen hier unten auf dem Konto, das ging dann runter. Das ging ja schon über 2. Und dann wieder mal unter 1.000. Aber das muss man mal ganz kurz auch mal ganz entspannt aussitzen. Und dann haben wir die CBL Group. Ja, die ist mit 800 aktuell im Plus. Der Einstieg war hier, genau an diesem Level mit dem, mit dem, ich glaube mal ein Guidance noch mal kurz, auch auf dem Weg nach oben. Take Profit liegt hier oben standardmäßig laut Statistik. Auch da muss man ein bisschen schauen, wie managt man den Trade dann. und Mastercard hatten wir gerade. Ja, Mastercard hatten wir noch nicht. Mastercard ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, kommt nicht so richtig in Schwung. War eigentlich ein schönes Ausbruchslevel, aber ich zeige es jetzt noch mal in Guidance. Und da gehen wir mal ganz kurz jetzt mal hier. Wir hatten, achso, die Everest, das ist der größte Rückversicherer in den USA, so ähnlich wie die Münchner Rück in Deutschland. Die hatte auch schon ein Setup hier am 24. Januar. Und da wurde der Trade abends gestartet zu 343 Dollar. Und ja, was soll man sagen? Also auch mit dem Gap Up dann direkt in den Take Profit vordefiniert. Und das Setup hätte geendet am 17.02. Aber es hat sich jetzt erledigt, weil der Trade ist schon geschlossen. Am 9.02. automatisch dann mit dem Gap Up. Und dann haben wir die Mastercard. Die können wir uns auch noch mal ganz kurz hier in Guidance anschauen. Mein Chart auch noch mal groß. Ja, die Aktie läuft auch nur noch zwei Tage. Kommt nicht so richtig vom Fleck. Aufwärtstrend war schön, leider gebrochen so ein bisschen. Und ja, also jetzt muss man mal schauen. Entweder kommt der Stop Loss. Und der liegt bei 360, 24. Aber ja, muss man mal schauen. Also da jetzt noch vorzeitig irgendwas zu machen. Entweder Stop Loss oder sie zieht nochmal durch. Ist ein bisschen schade, aber nicht weiter tragisch. Ich sage mal so, Everest hatten da Billfinger und Berger. Hatten wir auch schon angeschaut. Und jetzt hatte ich noch die Everest, Mastercard. Jetzt wollen wir mal schauen. Wo ist denn hier? Ich muss die Währung mal aus meiner Aktienliste löschen. Ein bisschen, den hatten wir, oder? Ah ne, TB, genau, ja. Der Trade läuft auch super an. Und wenn der jetzt hier dieses Hoch vom 2.2. rausnimmt, dann könnte man durchaus überlegen, den Stop Loss vielleicht auf einen Stand zu ziehen. Und den Rest sollte man einfach mal abwarten. So, jetzt schaue ich nochmal kurz in den Chat. Wie hieß es? SAP? Achso, SAP hatte ich ja gesagt, ja. Stefan, könntest du was zum Euro-US-Dollar sagen? Stefan, ich weiß nicht, ob Intraday oder Daily Chart. Der Chris hatte heute Morgen in seiner Sendung ausführlich Gold und auch den Euro-US-Dollar analysiert. Und von daher schau einfach mal auf der YouTube-Seite von JFD und schau dir das Video nochmal an zum Devisenradar heute Morgen. Und dann bist du bestens informiert in Sachen Euro-US-Dollar. So, jetzt Rudolf, die Frage. Stefan schreibt, ich war bei Markus um 10 Uhr. Hat er den auch analysiert? War es im Live-Trading oben, Stefan? Ja, dann hat er den wahrscheinlich auch analysiert. So, Rudolf fragt, was kostet der Screener-Service? Ja, Rudolf, dann pass auf. Dann schau einfach mal hier auf den... Ich muss mal kurz die Seite wechseln. Schau einfach mal hier beim Seasonal Bull. Die Seite hatte der Chris ja eben, glaube ich, schon in den Chat gestellt. Und dann hast du automatisch auch die Preise und die Pakete, die wir anbieten. Es gibt ja auch nicht nur das Monatspaket, sondern auch das 6-Monats- oder Jahresabo. Und der kostet 99 Euro im Monat. Und damit hast du reichlich Signale. Wenn ich jetzt nochmal in das Live-Trading gehe hier. Wir haben jetzt, und das Konto läuft ja erst seit dem 1. Januar, haben wir bereits jetzt, oder habe ich jetzt bereits eine Rendite von 4,6 Prozent. Und das gerade mal innerhalb von anderthalb Monaten. Gut, die Zahlen sind jetzt hier noch nicht in Zeigen gemeistert. Das kann sich auch wieder ändern. Aber generell hat man mit dem Seasonal Bull Screener... Für viele ist das immer so ein bisschen unspektakulär, weil wenig Action passiert. Aber der ruhige Anleger und der Swing Trader, der braucht ein bisschen Ruhe. Und na gut, dann kommen halt die Renditen halt nicht innerhalb von 1, 2, 3 Tagen. Und ich habe hier meine 5 Prozent. Sondern kontinuierlich und stetig ist bei mir, beim Aktien und beim Swing Trading das Wichtigste. Und von daher, schau einfach mal auf unserer Website vorbei. Informiere dich über die Pakete. Und jetzt schreibt der Horst noch, was ist die Datengrundlage, Stock 3? Was meinst du mit Datengrundlage? Du meinst für den Screener, das sind die Kurse, also die Aktienkurse sind von JFD. Und die Datengrundlage, das ist, wie soll ich sagen, das ist ein Tool, was entwickelt wurde, ähnlich dem Forex Bull, wo aufgrund der Vergangenheitsdaten immer wieder Pattern und Setups analysiert werden. Und dieses Tool wurde halt programmiert und wir liefern die Daten von JFD als Aktienkurse. Also die Aktienkurse werden von JFD geliefert und die Setups entstehen aus der Vergangenheit. Horst, für das Tool solltest du JFD-Kunde sein, denn die Aktien, die wir im Universum haben, die stammen alle von JFD. Deswegen haben wir 700 oder 750 ausgewählte Aktien. Ein Großteil kommt aus den USA. Natürlich die Deutschland groß abgebildet. DAX 40 ist alles drin. Und dann haben wir noch die Währungen mit drin. Das kommt alles von JFD. Und die sind natürlich jetzt alle hier. Ich mache jetzt mal. Also das sind die Währungen. Singapur Dollar zum Beispiel hat ein Setup, aber die anderen alle nicht. Wenn ich jetzt auf SB klicke, dann bleibt halt nur noch der Singapur Dollar gegenüber dem Yen. Das sind alles Kurse und Daten, die natürlich von JFD kommen. Und diese Daten und diese Setups, die werden ja geschlüsselt zu der künstlichen Intelligenz. Ich nenne es nicht künstliche Intelligenz, aber zu den statistischen Daten, die uns der Seasonal Bull als Tool selbst liefert. Und die sind alle gemappt auf unsere JFD-Kürzel-IDs oder ISINs oder wie es auch immer heißt. Die sind alle gemappt. Und von daher könntest du natürlich deine eigenen Kürzel liefern, aber das wird da ein bisschen schwierig. Nein, das sollte schon JFD-Kunden sein, auf jeden Fall. Dann hast du immer die richtige Auswahl, immer die richtigen Kurse. Und von daher ist das das Beste. Ist der Seasonal Nux dann überflüssig? Nein, der ist nicht überflüssig. Den kann man immer als Tool zusätzlich verwenden. Ich habe zum Beispiel bei der Evotec-Aktie, habe ich mir nämlich auch nochmal angeschaut, wie die den nächsten, also das ist ja ein Short-Kandidat, den ich eben vorgestellt habe. Und wenn ich mir die letzten zehn Jahre anschaue, ich blende jetzt mal den Tag ein, wo wir gerade sind. Das ist hier. Und das Chat-Up läuft ja nur über ein paar Tage. Also die letzten zehn Jahre war es nicht so wirklich prickelnd dann für die Evotec-Aktie. Jetzt brennen wir die Corona nochmal ein bisschen ab. Nein, das ist geglättet. Das ist der Corona-Bonus hier. Also wenn man hier draufklickt beim Seasonal Nux, das ist genau die Zeit vom 20. Februar bis zum 20. April. Die Corona-Macke sozusagen. Aber selbst mit Corona-Macke, also die Aktie Evotec ist eindeutig short. Ich schaue mal die letzten 15 Jahre an. Auch da dürfte es in den nächsten Tagen bis Mitte März durchaus abwärts gehen. Wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich das Webinar jetzt beenden. Ich schaue noch gerade einen Augenblick mal bitte. Im Forex-Bull ist eine saisonale Anzeige enthalten. Wie ist das beim Seasonal-Bull? Beim Seasonal-Bull, nein, der Seasonal-Bull, ich zeige nochmal das Tool. Der Seasonal-Bull hat keine saisonale Anzeige. Das ist einfach nur in den letzten Evotec, in den letzten 21 Jahren, hat diese Aktie innerhalb der letzten neun Tage, in den neun Handelstagen, genau dieses Profil hier abgeliefert. Evotec, short. Genau, rein statistisch. Das heißt natürlich nicht, dass es genau so kommen wird. Weil es trat ja auch nur in 76 Prozent der Fälle auf. Das sind keine 100 Prozent. Aber rein statistisch ist dieses Profil aktuell. Saisonal, Saisonalität ist aktuell, was heißt aktuell? Ist nicht im Saisonal-Bull enthalten. Aber die Saisonalität, also die Zahlen, die hier stehen, spiegeln ja die Saisonalität direkt wieder. Ja, von daher, rein saisonal hat diese Aktie genau in den letzten Jahren das gemacht. Mit den statistischen Quoten. So, Horst, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Und dann würde ich sagen, wenn keine weiteren Fragen sind, bedanke ich mich bei allen Teilnehmern. Und ja, Horst, vielen Dank. Und dann hoffe ich, wir hören uns beim nächsten Webinar, spätestens morgen im Devisenradar-Webinar, was ich mit dem Chris zusammen machen werde, um 11 Uhr. Und übernächste Woche gibt es schon wieder den Forex-Bull-Workshop. Also seid gespannt, schaut auf unserer Homepage vorbei, Webinare und Events, meldet euch an. Und ich sage vielen Dank und ciao. Servus. JFT, just fair and direct. JFT, just fair and direct. Vielen Dank.